Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo, schön, dass ihr reingeklickt habt. Willkommen bei einer neuen Folge aus unserer Reihe Love the Infacts. Heute geht es um die Begrüßung von Menschen mit Hund. Und wie ihr gerade vielleicht so ein bisschen eindrucksvoll gesehen habt, ist das nicht so ganz der richtige Weg. Wie ich ja einen an Menschen mit Hund begrüße, insbesondere den Hund nicht. Ihr habt es sicherlich schon oft gesehen, so auf diese Art und Weise. Aber aus der Sicht des Hundes gesehen, ist das sehr, sehr unangenehm, um das mal vorsichtig zu formulieren für den Hund. Und weil die hier rüber beugen und dieses direkte drauf zugehen, das laute Gerede und die Unruhe, die so ein bisschen verbreitet wird, ist für den Hund nicht nur unangenehm, sondern es kann für ihn auch durchaus eine Bedrohung darstellen. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der ein bisschen ängstlicher ist, oder auch ein Hund, der charakterlich doch recht stark ist und das wirklich dann auch als Bedrohung auffasst, kann es schon mal passieren, dass er sich da in irgendeiner Form zur Wehr setzt und vielleicht auch mal schnappt nach demjenigen, der ihn da so, ja doch eigentlich lieb begrüßen möchte. Wie es richtig geht, ja, das seht ihr dann gleich im Anschluss nochmal kurz. Ja, so eine Situation wie diese hier, die habt ihr sicherlich auch schon öfter mal gesehen. Ja, warum macht man das? Ihr wollt, dass der Hund euch mal beschnuppert. Aber, ja, ganz im Ernst, bei 220 Millionen Riechzellen hat er euch schon 50 Meter vorher gerochen, ja, und euch abgecheckt, also das ist auch völlig unnötig. Und auch das ist für den Hund eine Bedrohungshaltung, ja. Er kann das durchaus als Attacke, als Angriff auf ihn auffassen. Also, einfach nochmal schauen im Anschluss gleich, wie man es richtig macht. Vor allen Dingen sollte erstmal der Mensch begrüßt werden als Führer des Hundes. und der Hund ist dann an zweiter Stelle dran und das bitteschön. Ja, dann auch ganz entspannt und ruhig von der Seite, nett und freundlich und dann versteht das auch und dann fühlt er sich auch wohler. Ja, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns unten mal ein paar Kommentare da lasst und natürlich über neue Abonnenten und ja, hoffen, dass ihr bald mal wieder reinklickt und sagen bis dahin, einen schönen Tag nach euch. Ciao, ciao! Hi, hallo! Hi, hallo! Na, was geht's dir? Lange nicht gesehen, alles gut? Ja, sehr gut, alles toll. Ja, schön. Oh, der Sandi ist auch dabei. Hi, na, hallo Junge. Na, hallo, na, hallo. Hi, mhm. Ohne Junge. Gut, boy. Und jetzt hier. Untertitelung des ZDF, 2020